Woran ist einer von Chippen-Sales eigentlich? Okay, wir werden die Band Zuckernacken versteigern. Ich kann Ihnen sagen, dass die normalerweise mindestens... Was würden Sie kosten für den Abend? 600 Euro kosten würden. Das ist jetzt wirklich kein Chance. Wir versteigern diese Band Zuckernacken, wie Sie gleich noch hören werden. Haben Sie heute schon gespielt? Haben Sie heute schon gespielt? Erst mal 8 Uhr dran. Es lohnt sich dabei zu bleiben. Dieser junge Mann ist der einzige Mitglied seiner Band. Der spielt alle Instrumente. Nein. Er wird auf jeden Fall... Wir werden mal anfangen bei 50 Euro einfach schon. Ist brutal, ich weiß, bei 600 Euro normalerweise der Abend. Aber... Plus 3 Bier. Plus 3 Bier? Das heißt, wenn Sie irgendwo spielen, kriegen Sie auch 3 Bier. Das muss man wissen, das muss man wissen. Also wenn man ihn einlädt und er trägt allein dann fast hier. Nein. Ich fange jetzt mal bei 50 Euro an für die Band Zuckernacken. Was sind wie viele Mitglieder? Fünf. Fünf. Überlegen Sie mal. Und ganz abends werden die jetzt bei 50 Euro zugeschlagen werden. Wir brauchen nämlich mehr als 10 Euro. Und zwar überdrunde die Mitarbeiter, abends die. Und zwar überdrunde die Mitarbeiter und die Mitarbeiter.